Ich finde da ist ein super Beispiel, um das vielleicht wirklich nochmal verständlicher zu machen, dieses Beispiel mit quasi zu viel Arbeit führt dann irgendwann mal zu einer schlechteren Leistung aus dem Sport. Es gibt sowas wie Übertraining und das ist finde ich das beste Beispiel dafür, weil normalerweise wäre ja irgendwo mal, also wenn wir jetzt genau dein Arbeitsbeispiel hernehmen und mit der gleichen Logik zum Beispiel in den Sport gehen würden, wo es ja vielleicht diese biologischen Grundlagen dann gibt, dann müsste man ja sagen, ja aber dann, wenn ich 15 Stunden trainiere, dann wird doch meine Leistung bestimmt besser, weil dann stecke ich ja mehr Zeit in das Training wie in der Arbeit. Stellt sich raus, der Körper erreicht irgendwann mal ein Plateau, wo es eher, und das ist eigentlich genau der Punkt, den du auch jetzt schon erwähnt hast, es wirkt sogar negativ nach einer Zeit. Das heißt, du machst vermutlich sogar, wenn wir jetzt wieder in die Arbeit zurückschränken, du machst vermutlich sogar mehr Fehler, als wenn du, als dass du quasi was Positives leistest in dieser extra Arbeitszeit. Das ist perfekt wie das Übertrainingbeispiel, wo man irgendwann mal darauf gekommen ist, dass der Körper dann sogar beginnt, wieder schlechter zu werden und du erst Recht Leistung verlierst. Also das ist eigentlich passend, finde ich, zu diesem ganzen Arbeitsthema, dass man, das muss man sich einfach auch im Hinterkopf behalten, dass es wird nicht mit mehr Zeit besser, sondern tendenziell sogar mehr Fehler. Ja, und... Ja, und... Ja, und... Ja, und... Ja, und... Ja, und... Untertitelung des ZDF, 2020